Oh, scheiße, ja, 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 Sport tut weh, Sport tut weh, lieber Freundin. Was, wo, wo ist der? Wo? Wo ist der Haufen? Alter, da schwören die Fliegen sogar drum. Guck mal. Ja, Shop, das hast du gut gemacht. Du bist ganz, ganz fein. Ja, hast du ganz, ganz fein gemacht. So, was machen wir jetzt hier mit dem Franklin? Mit dem Franklin wollte ich ganz gerne auch noch was machen. Und zwar, ähm, wollte ich tun, wie viel Kohle hat denn der? Ja, so viel hat der, okay. Pass mal auf. Mit dem wollte ich ganz gerne diese Immobilie hier kaufen. Immer besonders machen wir jetzt auch, komm. Genau, das machen wir auch, komm. So. Ich seh mal aus. Äh, nee, nee, das geht nicht. Nee, 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 da müssen wir von uns ziehen. So, können wir es nicht lassen. Hier komm ich bestimmt irgendwo rein, oder? Hier, ne? Super. So. Wo ist mein begehbarer Kleider schon? Wo ist denn der? Hä? Wo ist denn der? Äh? Ist der hier irgendwo? Äh, bin ich blöd? Der muss doch da irgendwo sein, oder? Hier war doch die Tür dafür. Ach, ey. Ich hab grad gedacht, das ist durchweg ein Spiegel, Alter. Ja, alles klar. So, um dich umzuziehen, klar. Was nehmen wir denn jetzt mal hier? Äh. Äh. Tür. Wo hab ich denn meine Outfits? So, können wir das hier nehmen? Hä? Ich würde sagen, wir nehmen das hier. Das sieht cool aus. Klar. So. Nee, brauch ich nicht. So. Naja, aber schön, schön sieht's aus hier. Komm raus hier, los. Ach, hier ist die Tür offen. Ja, ich hab das grad nicht so gesehen. So. Dann mal los, ja. Alter, kannst du mal aufhören, hier überall rumzumachen, Junge? So. Da sollten wir das ganze Ding hier ein, ne? So, wo ist unser Auto? Nehmen wir Auto oder eben Motorrad? Ich würde sagen, wir nehmen Motorrad, oder? Nee, wir nehmen Auto. Oh, wir fahren jetzt mal Auto. Fahr mit dir. So. Und dann müssen wir aber erstmal jetzt hier... Nein, 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 nein. Gut. Und dann los. Da. Richtig schon Auto fahren mal wieder, hab ich Bock drauf. Und dann kaufen wir jetzt mal hier dieses... Genau. Ja, wenn wir da lebend und teilt ankommen, dann kaufen wir das Taxi-Unternehmen. So, hab ich mit dem ein... Hab ich mir nicht schon noch was gekauft? Ja, doch klar, hier. Die Kifferbude haben wir ja gekauft, ne? So, hier die Doppöle, ne? So. Ach, Leute, hört auf euch so aufzuregen. Ich kann auch nichts dafür, wenn ihr kein Auto fahren könnt, ne? Den will ich die Schuld für geben. Alles so dämlich sind zum Fahren, ne? Jeder will mir hier reinfahren. Ach, schade, ist schon weg. Den hätte ich mir gekrallt. So ein... Oh, was? Hä? Hey, Leute, guckt euch das hin. Es gibt bestimmt... Oh, oh, der hat den Braten gerochen, ne? Pass mal auf, wir schnappen uns den hier vorne hin. Der sieht ja auch nicht schlecht aus. So, mal das grüßen. Ach, komm, wir nehmen den ja. Du machst das schon. So, oh, oh. Die, die, die. Und... Oh, aus, aus, aus. Warum bist du nicht aus? Hab ich auch ausgemacht. So. Ach, kannst du jetzt mal die Klappe halten? Alter, mein... Oh, auch ein schickes Auto, ne? So. Der sah eben auch nicht schlecht aus, ne? So, pass mal auf jetzt hier rein. Dann mal links, links, links. Oh, bei Polizei vorbei. Mal müssen aufpassen hier. Dum, 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 dum. Ja, ja, komm. So, wo haben wir euch jetzt hier? Wo ist das jetzt? Ah, da haben wir was da unten tun. Wie, glaube ich nicht. Ja, nicht voll. Ich glaube nicht, ja, nicht voll. So, pass mal auf vier aus hier. Und da machen wir jetzt mal Kaffee, Kaffee, Kaffee. Jetzt hätten tausende, ne? Ähm, früchtliche Einnahme, 2000 Dollar. Ja, ist egal, wenn man es trotzdem. Ja. Oh, mal wissen, die Immobilien gekauft hier, ne? Muss ja auch sein. Ja, 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 weiß. So, ähm. Was ist nochmal los hier? Ach, laber ich bloß nicht voll. So, ähm, pass mal auf. Jetzt wollte ich ganz gerne noch was anderes tun. Und zwar, ja, ne? Von diesem Dom, oder wie der heißt, ne? Das wollte ich auch noch machen. Und wenn wir das haben, dann können wir nämlich ja auch endlich mal mit dem bisschen Hühnchen da weitermachen. Und das wollte ich vorher noch abhaken, so. Vielleicht gibt es ja noch zwischendurch eine private Taxifahrt, ne? Das werde mir auch noch gefallen. Gut, okay. Was auch geklärt. Sehr schön, und los. Jetzt fahren wir zu unserem ähm, Falschumsprung. Vielleicht gibt es ja auch noch ein eine schöne, tolle Taxifahrt. Wird ihm hier gefallen. So. Und dann war es das auch erst mal. So, dann. Ähm. Ähm, 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 ähm. Oh, 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 oh. Richtig hier? Ja, gut. Richtig hier, sehr schön. Dim, dim, dim. Hm, hm, hm. Na, sind ein paar von meinen Jungs unterwegs. Da müsste ich doch eigentlich, aber auch jetzt kostenlos Taxifahren dürfen, oder? Mein ich doch, ne? Zumindest ist es jetzt hier mit. Friend, ja. So, dann, dann, dann. Oh, stimmt, die müssen wir einmal drehen, ne? Wir sind da. Okay. Jetzt gucken wir mal, wo ist denn das hier mit Dom? Hm. Hm. Ja. Okay, begibt sich das Spitzenord. Wie komme ich da hoch, bitte? Ich muss da irgendwie... Ist hier irgendwie sowas wie ein Fahrstuhl, oder so? Hm. Wie soll denn das hier funktionieren? Oh Gott, wie war denn das denn damals? Auch nicht? Nee. Hm. Ist das hier irgendwo der Eingang vielleicht? Warte, aber ich stand da irgendwas am Falschen gespringen, ne? Wo ist denn das? Wo stand denn das? Das stand zwar eben hier. Es war doch hier eben irgendwo, ne? Es hat eben einmal kurz... Ach, hier ist das, ne? Ja, ich hätte es nur wisst, ob es das hier auch ist, ne? Mit dem Dom. Aber wir versuchen es einfach mal. Wir versuchen es einfach mal. Da sind wir ja ganz schön hoch, ne? Däumchen, bist du was? Äh, fahr vom Bach, um benutzt in den Falschen, um ins Ziel zu landen. Okidoki. Alles klar, das ist... Okidoki, würde ich mal sagen, dann mal. Oh. Wo ist denn das? Oh. Oh, so. Oh. Das war... Nichts. Ja, natürlich einmal versuchen. Da habe ich gerade ein bisschen vergessen, auch zu drücken, ne? Ok, war es nochmal neu? Kein Problem. Fahren nach, machen wir. Opa. So, ja, sehr schön. Oh, wir springen noch vom Fahrzeug runter. Jetzt... ...öffnen wir den Fallschirm. So, und versuchen dann halt irgendwie so zu landen, ne? Mh, mh, mh. Richtung. Pass mal auf, schafft was? Ach, wir kriegen da schon hin, ne? So, ey. Und das war doch eine Top-Landung, oder? Wie landegenauigkeit 94%, Alter, das war in Ordnung, oder nicht, ne? Äh, Bankensturz erneut versuchen? Äh, nö. Fortfahren. Ja. Nö, war langweilig. Alter, ich war genau im Ring drin, oder? Das war gar nicht. Oh, ja. Ich brauche nicht mehr recht damit. So, was soll man jetzt hier eigentlich? Na, hübsche, alles klar, mal hier, Kleines? So, ich würde sagen, guck mal aufs Kärtchen. So, was ist denn mal? Nochmal dumm. Äh? Hat der gar nicht gewertet, oder was? Okay, dann halt nochmal, kein Problem. Äh, da rennen wir aber schnell rüber, klar. Wo ist denn der Marsa-Bank? Thomas, muss der ja sein, ne? Komm, da laufen wir schnell hin. Und hätte ich da oben irgendwie absteigen müssen? Ich weiß es jetzt gerade echt nicht. Guck mal, wir sind schneller. Schleller. Komm schon. Ich merke das schon, ne? Vor der Klinie, das Schocken, das tut ja auf jeden Fall mal gut. Ding, 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 ding. Da komm ich, komm ich aber hoch, oh, guck mal, ja. Ich schweig, so. Was ist das hier? Was ist immer hier? Nichts für mich. Pass mal auf, ich muss hier hoch, ne? Ich hoffe doch, das ist ungefähr richtig. Da ist auf jeden Fall der... Aber was, ich meine, wenn man so in der Perspektive rumläuft, äh, sieht schon cool aus. Ach komm, halt die... Halt die Klappe, so toll bist du auch nicht. Äh, ja, es ist schon cool, ne? Also auf jeden Fall, man könnte hier schon meinen, wir sind hier in der Busche... Oh, oh, quer rüber, schnell rüber. Auch wenn man es so nicht macht. So, lieber Dom, wo bist du denn jetzt? Hm? Wo ist denn das? Hab ich hier echt, hab ich hier irgendwas übersehen oder so? Komm, wir gehen jetzt nochmal hoch. Ähm, ich versuche es jetzt einfach da oben nochmal. Ich komm doch da gar nicht so hoch. Selbst wenn ich das würde wollen. Ich dachte gar nicht. Ja, es muss hier unten. Auch hier nicht, ne, oder? Hier ist keine. Nö. Das hat nix zu sagen, gar nix. Pass mal auf, dann gehen wir nochmal rüber zu. Ne, wo ist der Fallschirm? Fallschirm. Nicht total bescheuert, wo ist denn der? Hä? Braucht das ne Weile, bis das wieder so ein bisschen abklingt oder so von der Zeit her? Ja gut, ansonsten, ähm... Muss ich erst nochmal nachgucken, wie man das macht. Vielleicht hätte ich da oben auch einfach nur aufsteigen müssen, ne, um... Ich sag mal, das machen zu können. Aber hier ist, ne, hier ist... Hier ist... Keine Markierung, nein. Hier ist keine. Hier steht auch keiner rum oder so. Nö. Hier ist auch nix, ne? Ja, komm, wir gucken noch mal. Das ist auch nix, nein. Arschuhe, du hast mit dem Brunnen eben, ne? Das ist schon... Bitte. Oder der Fall? Keine Ahnung, da war das vielleicht ein Momentchen, ne? Ja, jetzt bin ich einmal rumbelaufen, total sinnlos. So, gut, okay, dann, ähm, ja. Muss ich wohl doch erst nochmal nachschauen, wie es zu Dom geht. So, okay. Dann muss ich das gut tun. Okay, also bis hierhin bedanke ich mich, ihr sehr fürs Zuschauen. Na gut, tschüss, bis zum nächsten Mal und, na ja. Ich hoffe, beim nächsten Mal wird es ein bisschen aufregender, als wie die langweilige U-Boot-Fahrt. Aber, na ja, gut. Ich meine, es gehört dazu, wir haben es zumindest gemacht. Na ja. Okay, bis dahin. Sag ich tschüss und macht's gut. Euer Danielko. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.